Dean Lennox Kelly ist ein britischer Theater- und Film- und Fernsehschauspieler. Leben Dean Lennox Kelly wuchs in L.A. am St. Annes auf. Seine Schauspielausbildung schloss er 1997 auf der Bristol Old Vic Theatre School ab. Danach trat er in einigen Film- und Fernsehproduktionen auf. Am bekanntesten ist Dean Lennox Kelly durch die Fernsehserie Shameless, in der er neun Jahre den Charakter K.E.V. bei darstellte. Dean Lennox Kellys Bruder Craig ist ebenfalls in der Schauspielbranche tätig. Gemeinsam waren Craig und Dean Lennox Kelly 2009 in dem Film Collision zu sehen. Neben seinen Auftritten in Film und Fernsehen ist Dean Lennox Kelly immer wieder in einigen Theaterstücken zu sehen. 2011 spielte er beispielsweise Frank Gibbons in dem Theaterstück As Happy Bride im Theater Royal in Beth. Dean Lennox Kelly ist verheiratet mit der Schlagersängerin Eugenie Gerrard. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Filmografie 1998 Peak Practice 1998 Still Crazy 1999 City Central 1999 Micey Reine 2000 Grasgeflüster 2000 The Lowdown 2001 H3 2001 The Bill 2001 Mike Bassett England Manager 2002 Der Mysteriöse Passagier 2002 The American Embassy 2002 Death Wash 2002 Tipping the Velvet 2004 The Worst Week of My Life 2004 zu 2013 Shameless 2005 Das geheime Leben der Worte 2005 The Brief 2005 Ashes 2005 Shakespeare Toiled 2006 Comedy Lab 2006 Sorted 2007 Dead Clever The Life and Crimes of Julie Bottomley 2007 Doctor Who 2007 Cranford 2008 Das Leiden Christi 2008 The Invisibles 2009 Being Human 2009 Frequently Asked Questions About Timely Travel 2009 Robin Hood 2009 Collision 2010 Die Geheimen Tagebücher der Annalyster 2010 Married Single 2011 George Gently Der Unbestechliche 2011 Moving On 2013 Frankie 2013 On The Bridge 2014 Fleming Toni Ben Auft Untertitelung des ZDF, 2020